Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Und man hätte dann eigentlich annehmen können, dass der gute Mann uns regelmäßig mit großen Award-Filmen beglückt, aber er hat sich danach doch relativ rar gemacht. Es folgten Dokumentationen, Miniserien und im Kino eigentlich nur noch das Werk Widows 2018. Jetzt ist er aber wieder zurück mit einem sehr großen Prestigeprojekt mit dem Namen Blitz und wir durften ihn vorab in einer Pressevorführung sehen. Wir, das sind zum einen die Schlogger. Hallo. Und ich Christopher. Schlogger, was genau erwartet uns denn in dem von vielen Leuten in der Tat heiß erwarteten Blitz? In Blitz geht es tatsächlich um die Zeit während des Blitzkriegs, daher auch der Name. Wir befinden uns also 1940 und begleiten Rita, gespielt von Saoirse Ronan, wie man immer sich fragt, wie man sie ausspricht, und ihren neunjährigen Saoirse Ronan und ihren neunjährigen Sohn George, gespielt von Elliot Hefferman, die in London leben, das eben von den Deutschen angegriffen wird während des Blitzkriegs. Zu der Zeit wurden sehr viele Kinder und Menschen aus Großstädten evakuiert. Wir haben auch direkt am Anfang des Films eine Title Card, in der steht, dass die Hälfte der Menschen, die evakuiert waren, Kinder waren. Und so wird das hier auch ein Hauptthema sein, dass Rita ihren Sohn George eben aus der Stadt schickt, damit er gesichert sicher ist. Und der lässt sich das Ganze aber nicht gefallen und versucht auf eigenem Fuße zurück zu seiner Mutter durch das zerbombte London zu finden. Ganz genau. Eine Story, die schon sehr viele Trigger beinhaltet, sehr viele heiße Eisen anfasst und somit auch wie gemacht ist für die jetzt ranrollende Award-Season. Aber sprechen wir kurz nochmal über den Mann hinter der Kamera. Wir haben ja schon gesagt, dass er ja für Furore sorgte mit Twelve Years a Slave, dann aber nicht ganz so heftig durchstartete, wie man es erwartet hat. Zuvor gab es halt die kleineren Werke wie Shame oder Hunger, die bei der Kritik ausgesprochen gut ankamen. Wie stehst du im Allgemeinen zu Steve McQueen und seinem Gesamtwerk und was davon hast du alles gesehen? Ich habe tatsächlich nur Twelve Years a Slave gesehen. Den auch erst damals und nicht nochmal für unsere Besprechung zur Auffrischung extra. Und den habe ich schon als hochwertig inszeniert und natürlich auch brisante Themen bearbeitend in Erinnerung. Fand ich gut. Deswegen hatte ich da hier auch eigentlich handwerklich hohe Erwartungen zumindest. Und bei dir? Ich habe Hunger nicht gesehen. Das ist ja sein Debütwerk, das ja immer am höchsten gehalten wird von seinen Errungenschaften. Ich habe dann Shame gesehen. Von dem war ich sehr beeindruckt, weil der ja auch ein Thema bearbeitet, das man eigentlich so im Mainstream-Kino oder generell nicht so häufig sieht. Es war ein sehr unangenehmer Film, auf eine positive Art und Weise unangenehm. Ja und Twelve Years a Slave, ich habe handwerklich an dem Film nichts auszusetzen. Er ist für viele Leute ja mittlerweile zum Thema Sklaverei das, was Schindlers Liste für den Holocaust ist. Also da haben ja viele gar nicht mehr aufgehört mit den Superlativen. Und ja, ich kann das inszenatorisch natürlich irgendwo nachvollziehen. Natürlich ist Twelve Years a Slave ganz großes Kino. Aber wie viele das mit Sicherheit auch nachvollziehen können, den kann ich mir jetzt nicht regelmäßig geben. Ich habe den damals gesehen und er hat mich wirklich in vielen Stellen auch erschüttert mit seiner unverfrorenen, blanken Brutalität. Aber ja, nach dem einen Mal habe ich gesagt, das reicht mir dann auch. Aber Schindlers Liste kannst du dir mehrmals die Woche angucken. Ja, andauern. Immer. Schindlers Liste einmal pro Monat. Ja, habe ich. Riesenspaß für alle. No, klar, es gibt andere Filme, die bearbeiten ähnliche historisch schwierige Themen, sind in der Inszenierung leichter verdaulich. Kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, wie man das zu inszenieren hat? Ich meine, Schindlers Liste ist ja in Augen vieler Leute auch zu sehr Hollywood und auch nicht heftig genug, was das Thema angeht. Kann man auch geteilter Meinung sein. Ja, dann kam dieser Widows. Das war ein recht leicht verdaulicher Film, ein relativ simpler Thriller-Slash-Heist-Movie. Und jetzt sind wir halt wieder bei historisch schwierigen Themen mit Blitz. Der Zweite Weltkrieg, wie Familien darunter leiden mussten und wie Familien dadurch auch zerrissen wurden. Und da hat der Film am Anfang von der Prämisse mich eigentlich schon gehabt, weil anstatt einfach nur zu zeigen, wie Leute an der Front vor die Hunde gehen, hat man eben sich dazu entschieden, hier zu zeigen, zu Hause war es auch nicht viel besser. Familien wurden auseinandergerissen und Leute bekamen halt auch die Wirkungen des Krieges am eigenen Leib zu spüren durch die angerichtete Zerstörung und die dadurch zerrissenen Familienverhältnisse. Wie standest du der Thematik am Anfang gegenüber? Fandest du das sofort interessant oder musste der Film dich erst kriegen, als der eigentliche Plot losging und George halt auf dem Weg zu dieser Pflegefamilie verloren ging? Nee, also dadurch, dass ich selbst auch Kinder habe, ist das natürlich was, was mich selbst auch eher emotional betrifft. Das werden wahrscheinlich alle Eltern kennen, dass sobald man Kinder hat, berühren einen alle Themen, die irgendwie auch nur ansatzweise was mit Kindern zu haben, in Filmen plötzlich viel mehr. Und vorher hat man die irgendwie ignoriert und jetzt kann man das eben viel mehr nachempfinden. Und wie du sagst, es betrifft ja nicht die Leute an der Front hier, sondern nicht nur die Leute zu Hause, die von den Angriffen irgendwie betroffen sind, sondern auch Leute, die einfach um vorsorglich ihre Kinder zu schützen oder ihre Verwandten, die vorsorglich wegschicken. Und jemanden wegzuschicken, weil gerade eine Bombe oder ein Panzer auf dich zurollt, fühlt sich für mich, also das sage ich jetzt mit sehr vielen Anführungszeichen, leichter an, als mich im Vorhinein schon zu entscheiden, ich schicke mein Kind von mir weg für den Fall, dass es angegriffen wird. Und allein sich diese Fragen stellen zu müssen und diese Entscheidungen treffen zu müssen, finde ich schon krass. Also dass du nicht nur die Leute siehst, die nicht an der Front sind, sondern auch diese, wie krass ein Krieg oder ein Konflikt bis in jeden Alltag hinein Leute beeinflusst, finde ich total krass, das hier dann auch nochmal zu sehen. Und dass es dann auch noch so viele Kinder waren, also das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass Leute ihre Kinder von sich weggeschickt haben und mir das vorzustellen. Und das sieht man ja auch hier im Film an der Szene, wie die beiden dann am Bahnhof getrennt werden, was sehr emotional wird, weil das Kind das natürlich total scheiße findet. Und es ist so eine Situation, die ich im ganz Kleinen auch aus dem Alltag kenne und da zerreißt es mich schon völlig. Und wenn ich mir dann diese Situation vorstelle, dass ich so von meinem Kind Abschied nehmen muss, was aber sauer auf mich ist, da war ich schon am Anfang direkt schon voll drin. Du hast keine Kinder, oder? Nein, deswegen finde ich da deinen Blickwinkel sehr interessant, dass das in dem Fall auch funktioniert hat. Weil als jemand, der das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, war da mein größter Kritikpunkt und der von vielen anderen, mit denen ich in der PV war von Anfang an auch, dass Steve McQueen machte sich hier auf der dramaturgischen und auf der emotionalen Ebene fast schon ein bisschen zu einfach. Weil mir kam es nämlich so vor, er sagt sich, allein schon die Tatsache, dass diese furchtbaren Dinge hier einem Kind widerfahren, reicht schon aus, um damit irgendwo das Publikum abzuholen. Und deswegen empfand ich seine Inszenierung hier als ziemlich standardisiert. Ich fand nicht, dass er sich sonderlich viele interessante Kniffe einfallen ließ, um das interessanter zu machen. Und er ist auch nicht wirklich tief in die Psyche der Figuren eingedrungen. Die Figuren hatten alle so eine bestimmte Funktion und ich finde nicht, dass man diese Leute großartig näher kennengelernt hat, bis auf George und seine Mutter. Und ich fand halt irgendwo, er nimmt diese Thematik und packt dazu eben noch andere kritische Sachen, zum Beispiel eben, dass George einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter hat und deswegen sofort auch bei anderen Kindern aneckt. Nicht nur diese furchtbare Situation, sondern auch noch aufgrund der Rassenthematik ist er auch noch ein Außenseiter unter den Verstoßenen. Und irgendwo hatte ich den Eindruck, Steve McQueen hat sich gesagt, ja, das reicht aus, ich erzähle diese Geschichte, in denen all diese Hot Topics drinstecken und dann habe ich die Leute irgendwo sofort um den Wickel. Also deswegen, mir fehlte trotz der Thematik komischerweise hier irgendwo an irgendwelchen Stellen der richtige emotionale Gap-Punch. Ich weiß, was du meinst, so ging es mir nämlich tatsächlich auch. Ich hatte das Gefühl, dass das alles recht platt war. Es fühlte sich für mich an, als hätte ich ein Buch gelesen irgendwie oder als Buch hätte es mir vielleicht sogar besser gefallen, weil es sich so wie so ein Märchen angefühlt hat. Es war eine reale Begebenheit, klar, aber es fühlte sich so an, wie wir verfolgen George, der auf seiner Heldenreise so ein paar Figuren begegnet, die ihm irgendwie ihn dann weiterführen auf seiner Reise. Und das sind dann nicht, wie du schon gesagt hast, irgendwelche tiefen Charaktere, obwohl es um so ein ernstes Thema geht. Und es gibt ja auch durchaus wahnsinnig spannende Szenen, zum Beispiel, als da mal was mit Wasser in einem U-Bahn-Tunnel passiert. Das fand ich schon alles sehr aufgeladen. Aber alles gefüllt mit Figuren, die recht platt und eindimensional und auch dadurch überhaupt nicht real wirken. Dieses Gefühl kam bei mir auch tatsächlich an. Es geht auch um den Mangel an, ich will es nicht sagen, Sentimentalitäten, aber auch das Leiden und auch das Verlangen danach, wieder ein Zuhause zu haben. Und wie halt auch diese Form von Erlebnissen, halt auch diese kindliche Unschuld komplett zerstört. Und das, finde ich, hier bleibt an vielen Stellen auf der Strecke. Ich weiß nicht auch, ob es an der Leistung lag von dem Jungen. Ich will eigentlich bei Kinderdarstellern nie allzu hart mit ins Gericht gehen, aber wir alle wissen, Kinderdarsteller sind kompliziert. Und wenn die nicht richtig gut gecastet werden, dann kann da eigentlich leider sehr viel schief gehen, eventuell sogar ein ganzer Film drunter ruiniert werden. Das ist hier nicht der Fall. Der Junge macht im Rahmen seiner Möglichkeiten einen ganz guten Job. Aber ich weiß nicht, ob der Vergleich unfair ist, aber ich musste allein auch wegen der Ausgangssituation sehr häufig an Das Reich der Sonne von Steven Spielberg denken. Etwas vergessener Spielberg-Film, wo du halt Christian Bale als elfjährigen Jungen hast, der während des Zweiten Weltkriegs in Shanghai von seiner Familie getrennt wird und zurückfinden muss. Ja, der ist wie viele Spielberg-Filme stark am Rande des Kitsches, aber der lässt dich wirklich auch intensiv fühlen, was dieser Junge durchmacht. Hier hatte ich irgendwie nie den Eindruck, dass wir eine Transformation sehen, dass dieser Junge quasi jemand komplett anderes ist am Ende der Geschichte als am Anfang wegen all diesen Erlebnissen. Klar, er muss leiden, er muss Dinge sehen, die ein Kind einfach nicht sehen sollte. Aber was das wirklich mit ihm macht, bleibt mir an vielen Stellen zu oberflächlich. Es gibt eine Sequenz, da finde ich, da geht Steve McQueen recht subtil ran und zeigt genau das, was ich da eigentlich sehen wollte. Aber es ist eigentlich nur eine kurze Sequenz. Wenn George dann in der U-Bahn-Station ist und da macht jemand so ein Puppentheater, um die Kinder zu unterhalten und die Kinder sehen das und lachen alle und sind unterhalten und George blickt aber nicht auf das Puppenspiel, er blickt runter und sieht die Füße des Puppenspielers. Und das kam mir halt so vor, das sollte das halt darstellen, die kindliche Unschuld ist weg und der Junge lässt sich einfach nicht mehr von sowas unterhalten, weil er nur noch die Wahrheit dahinter sieht. Oh, das ist eine schöne Interpretation, das gefällt mir. Ja, und von solchen Momenten hätte ich gerne mehr gesehen, aber mehr als irgendwie, ich habe Hunger, ich will nach Hause, mir ist kalt, die Leute hier sind alle furchtbar zu mir. Ich war an manchen Stellen wirklich überrascht darüber, wie oberflächlich und glatt das alles wirkte. Aber genau den Eindruck hatte ich auch. Also es gibt hier so krasse Szenen teilweise, wie Bomben explodieren und der Anfang alleine schon. Der Anfang fängt an mit einem Kampf von der Feuerwehr gegen ein brennendes Haus. Und da war ich auch schon direkt drin. Ich fand das so immersiv. Ich habe direkt gedacht, es ist unmöglich, dieses Feuer zu löschen. Ich habe direkt gespürt, wie riesengroß ein Krieg oder einfach nur ein einfacher Häuserbrand sein kann, was ja durch einen Bombenwurf dann oft passiert. Und da war ich schon total fasziniert drin, wie er mich dann reinreißt. Aber das bleibt dann eben nicht. Wir haben hier ganz viele Szenen, die eigentlich auf dem Papier total krass klingen. Und kurz im Film flammt das auch so auf. Also es gibt auch so eine Party, die auch sehr lang erzählt wird. Die Szene ist ziemlich lang, wie wir Leute eben sehen, die feiern. Es wird Musik gemacht, es wird getanzt. Und dann ist einfach nur der Gegenschnitt zu einer Bombe, die wir durch die Luft fallen sehen. Und dann müssen wir im Kopf eins und eins zusammenzählen, beziehungsweise wir kriegen es dann auch erzählt. Und das ist eigentlich auf dem Papier ziemlich geil erzählt, aber hat mich dann nie mehr so gekriegt, wie diese Feuerwehrszene am Anfang. Ja, insbesondere auch, wenn es um die einfach die Abgründe der menschlichen Psyche geht. Du hast hier eine Sequenz oder eine ganze Passage, die hätte man eigentlich weiter ausbauen können, wo der Film dann doch wieder ein bisschen interessanter wurde für mich, als George halt an so eine Truppe von Plünderern und Dieben gerät. Und da halt die schlimmsten Seiten der Menschen zutage kommen in solchen Szenarien. Leute, die halt Leichen fleddern und dann da alles abstauben, andere betrügen und zum Beispiel Juweliergeschäfte plündern, die halt auch von Bomben getroffen wurden und halt Kinder vorschicken, weil die halt klein sind und da überall reinpassen. Das war ein Moment, da fing es wieder an, mehr an Substanz zu gewinnen. Aber auch das geht relativ schnell vorbei und George hakt die nächste Station ab auf seiner Reise. Und das stimmt, es ist so, wie du gesagt hast, es ist wahrscheinlich irgendwo diese Märchendramaturgie oder diese Adventure-Dramaturgie, die dem Film einfach nicht gut tut. Wir haken verschiedene Passagen immer wieder schnell ab, auf geht's zum nächsten Setpiece. Und wir haben nie wirklich das Gefühl, dass ein Moment da länger sitzen kann und auch seine Wirkung vollends entfalten kann. Ja, das ist so schade. Wir haben es ja schon angesprochen, dass die Figuren so platzen. Wir haben aber auch so wahnsinnig viele Figuren. Wir haben aber Figuren, die teilweise so wirken, als müssten sie nur schnell ein bisschen Exposition liefern. Also die sagen Sachen, die einfach ein Mensch nicht sagen würde. Die fühlen sich nicht an wie Menschen, sondern fühlen sich an wie Hüllen, die irgendwas transportieren sollen. Und gerade beim Thema Krieg und wie du sagst, dass wir ja auch eine Wandlung sehen wollen oder wie das Menschen beeinflusst, so eine Extremsituation, die fällt dann halt irgendwie hinten runter. Wir haben ja auch so Figuren wie Jack. Das wird so ein angedeuteter Love Interest sein, der von Harris Dickinson gespielt ist, was ja ein sehr guter Schauspieler ist. Aber die Rolle, die könnte man rausschneiden und das würde den Film überhaupt nicht beeinflussen. Und der hat auch kein Gewicht irgendwie. Also das fand ich total faszinierend zu sehen, wie leer dann manche Rollen einfach wirken. Ging es dir da auch so? Ja, gerade bei ihm, weil das deutete sich ja mehrmals darauf an. Georges Mutter hat keinen Mann mehr. Sie hat auch keinerlei Unterstützung. Sie hat schwer zu kämpfen bei ihrem Job in der Munitionsfabrik. Und da kam halt er, dieser einzige anständige Soldat. Und du hattest den Eindruck, da entwickelt sich was. Aber das stimmt. Man hätte diese Storyline rausschneiden können. Überhaupt, die großen Namen, die wir haben, werden schrecklich unterfordert. Allen voran Serger Ronan. Für viele eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation momentan. Was hat die hier großartig zu tun? Also du siehst sie zu Hause, du siehst sie auf der Arbeit, wie sie da leidet, wie die Frauen da leiden, wie sie halt auch da versuchen, gegen zu protestieren und auf die Lage aufmerksam zu machen. Aber das sind alles irgendwie nur Filler. Ihre Rolle wird wirklich nur dann richtig lebendig im Muttersein, in den Szenen, in denen sie mit George interagiert. Und in dem Moment, in dem sie getrennt werden und der Film sich auf Georges Reise konzentriert, ist ihre Rolle eigentlich nur noch hier und da ein Lückenfüller. Und hat nichts anderes zu tun, als warten und besorgt zu sein. Und ja, wie man Serger Ronan so sehr verschwenden kann, das ist wahrscheinlich irgendwo für mich hier die größte Sünde, die der Film begeht, wenn es um das Figurenkarussell geht. Wenn sie die Szenen, die sie hat, die hast du ja auch schon gesagt, da spielt sie ja auch großartig. Also wie sie einmal durch so einen Untergrundschlupf geht und man sieht, wie sie sich zurückhalten muss, bevor sie kurz zerbrechen kann, weil sie eben es nicht mehr aushält, diese Unwissenheit von ihrem Kind getrennt zu sein und diese Ohnmacht, die man dann einfach hat. Das spielt sie schon gut. Ich nehme an, dass du einfach meinst, dass für so eine Rolle, die so wenig Raum in so einem Drehbuch einnimmt, dass man dann eine kleinere Schauspielerin hätte nehmen können, theoretisch. Ja, womöglich. Also ich habe vor allen Dingen auch angenommen, sie ist Dreh- und Angelpunkt des Films. Sie ist die Protagonistin. Ich wusste ja nicht viel über den Plot, bevor ich in die Pressevorführung gegangen bin. Und nach dem ersten Akt, wenn die beiden dann getrennt werden, dann wird sie ja nun mal komplett an die Seite gestellt. Und ja, das hätten auch andere spielen können, die nicht so von dem Kaliber sind. Ja, aber es ist, wie wir schon gesagt haben, es ist eben diese Heldenreise, dieses Märchen vielleicht und Märchen hier absichtlich gewählt, weil es trotz des historischen Hintergrunds eben so eine oberflächliche Reise andeutet von diesem George, der versucht, nach Hause zu kommen. Ja, also ich benutze diesen Begriff nicht gerne. Er wird in diese Zeit des Jahres immer viel rumgeschmissen, wenn halt historische Dramen um die Ecke kommen. Aber es ist irgendwo schon verunglücktes Oscar-Bait. Also mir kann keiner erzählen, Steve McQueen hat sich diese Geschichte für seinen nächsten Film nicht ausgesucht, weil er wieder mal in der Awards-Saison auf sich aufmerksam machen will und wieder ein paar Preise abstauben will. Dafür hakt der Film einfach zu viele Checkpoints ab, wenn es um Filme geht, die für Oscars nominiert werden. Wobei ich glaube, abgesehen von ein paar technischen Kategorien, wird er dieses Mal auch hinten runterfallen. Weil wir stehen nicht wirklich allein mit unserer Meinung da. Also der Konsens von dem, den man so hört, ist wirklich, der Film würde gerne, aber er kann einfach nicht. Er hat irgendwo nicht den nötigen Biss, um zu dem emotionalen Kern dieser Geschichte vorzustoßen. Und das ist leider von Anfang bis Ende so, auch wenn man hier und da ein paar Momente hat, wo man meint, der kann sich jetzt dazu aufschwingen, aber dann kommt es dann eben doch nicht dazu. Ja, ist es nicht faszinierend, dass wir von einem Kriegsfilm trotzdem tiefe, emotionale, oder gerade von einem Kriegsfilm, dass wir nicht nur bombastische Bilder wollen, was der hier ja manchmal liefert, sondern dass es uns eben als Zuschauer dann wichtig ist, ist, dass wir die Menschlichkeit in dem Film auch wirklich ernsthaft dargestellt bekommen. Ja, weil es nun mal nicht einfach Eye-Candy ist. Es ist ja nun mal A, etwas Wahres, etwas Wahrhaftiges, etwas Historisches. Und es ist etwas, was Spuren hinterlassen hat, die wir bis heute noch spüren, überall in der Gesellschaft. Und dann möchte man auch da, dass da dementsprechend mit umgegangen wird. Aber das hier ist halt irgendwo auf einer emotionalen Ebene faul. Und ja, das kann ich dem guten Mann dann nicht verzeihen, auch wenn ich ihn nach wie vor für einen sehr talentierten Regisseur halte. Ja, das sieht man hier ja auch. Aber man merkt da, ich habe jetzt den direkten Vergleich zu Twelve Years a Slave, wie gesagt, nicht drin, wie da die Menschlichkeit dann war, dass ihm hier irgendwo, als hätte er keine Erfahrung darin, dass das ein bisschen gefehlt hat. Er hat Erfahrung in anderen Dingen, die der Film ja auch richtig gut macht. Also der hat wirklich tolle Bilder. Und es hat wirklich auch großartig geszeniert. Und wir haben noch gar nicht über Hans Zimmer gesprochen, der ja auch einen krassen Soundtrack hier liefert. Aber irgendwie fehlt da halt eben irgendwas. Genau. Das wäre dann auch insgesamt für mich schon ein schönes Fazit. Ich würde nicht sagen, dass man sich den komplett sparen kann. Also Leute, die insgesamt historisch interessiert sind, sollten auf alle Fälle einen Blick wagen. Weil die Blitzkrieg-Thematik in anderen Ländern, was das da für Ausmaße hatte, das wird ja jetzt auch nicht in so unglaublich vielen Filmen beleuchtet. Also ich denke da an Der Pianist und so weiter. Aber ich finde nicht, dass man so viele Filme in diesem Bereich sieht, wo du halt siehst, was passierte zu Hause, während andere an der Front waren, die nicht in Deutschland spielen. Von daher historisch Interessierte, würde ich sagen, ja, gebt euch den gerne. Auch wenn man halt die Schauspieler mag, wenn sie auch hier nicht zeigen können, was in ihnen steckt und nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, würde ich auch sagen, ja. Und auch Leute, die einfach eben schöne Ausstattungsfilme mögen, können hier bedenkenlos einschalten. Weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, handwerklich liefert Steve McQueen da ab. Da kann ihm niemand irgendwas vormachen. Aber insgesamt ist das doch, wenn man bedenkt, worum es hier geht und was für Leute hier beteiligt sind, ist das für mich unterm Strich in der Tat eine der größeren Enttäuschungen des Jahres. Da hätte ich mir anhand dessen, wer hier alles beteiligt ist und worum es geht, mehr von versprochen. Okay, da ist meine Enttäuschung nicht ganz so krass, weil ich mal wieder überhaupt keine Erwartungen hatte. Das ist immer mein Zaubertrick. Aber das ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Aber dem fehlt eben irgendwas. Und wenn man mit dem richtigen Mindset rangeht und den richtigen Erwartungen, dann kann man hier auch durchaus eine gute Zeit mit haben, auf jeden Fall. Aber er ist eben nicht so tief, wie er sein könnte und wie es anhand der Liste der Beteiligten eben auch hätte erahnt werden können. Ganz genau. Das ist Blitz. Und wir werden mal schauen, was für Hoffnungen er sich machen kann, wenn demnächst Nominierungen für die großen Awards eintrudeln. Aber ich glaube nicht, dass wir dann noch sehr viel von dem da sehen werden. Und das ist eben auch das Schlimme diesbezüglich. Weil er eben diese Essenz nicht hat, die er für so eine Art von Story braucht, wird er, glaube ich, auch schnell vergessen werden. Und in ein paar Wochen wird niemand mehr darüber sprechen. Leider, leider. Ja. Gut, das war unsere Besprechung zu Blitz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Schlopper. Danke dir, lieber Christopher. Und auch euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Tele-Stammtisch auf allen gängigen Plattformen. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Besprechung. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktionen des Tele-Stammtischs, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.